Und damit, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Lunge, Hobbits und Äderdom zu einem neuen Part. Pokémon der Gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Ja, ich gebe es zu, ich habe auf Screen nicht trainiert, ich bin keinen Schritt weiter gekommen. Ich habe auf Screen kein Training gemacht. Und deshalb müssen wir das jetzt in diesem Part machen. Da müssen wir gegen ein paar Trainer und ein paar wilde Pokémon kämpfen. Gegen ein paar wilde Pokémon und ein paar Trainer kämpfen. Ja, das Team mal ein bisschen trainieren. So schaut es aus. Ja, Schaufel wird es jetzt gegen Nidro-Oran Level 4 auf jeden Fall bringen. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Kampf. Das hat viel gebracht als Training. Ja, dann schauen wir mal, wo wir jemanden finden, der mit uns kämpfen will. Ja, ein paar Kämpfe auf den Routen dieser Region. Und dann kann das Team ein bisschen aufgebutscht werden. Das war dann vielleicht irgendwann mal den Rivalen-Kampf gegen Nidary schaffen. Das war das, das wir den mal besiegen und weiter können. Und zweitens, dass wir auch gewappnet sind für den Kampf in der Pokémon Top 4. Pokémon Liga. Ja, der wird es nämlich ziemlich schwer und da sollten wir uns vielleicht vorher vorbereiten, bevor wir uns da einfach ins Getümmel stürzen und uns einfach gegen die stärksten Trainer im Land behaupten. Diese Pokémon Liga im Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann. Nicht wahr? Ja, und das werden wir heute tun. Wir werden heute ein paar Pokémon tragen und einsetzen. Ja, finden wir irgendwo Leute, die kampffestwillig sind. Ich habe da schon so eine Idee, wo wir da hinfliegen können. Und da habe ich nämlich ein paar umgangen. Ich bin ja immer sehr Kunst darin, Pokémon Kämpfe zu umgehen. Trainerkämpfe meine ich natürlich. Also hier gerade auf der Zenoberinsel. Ich sage es mal so, da haben wir einige Kämpfe. Links liegen lassen, ich gehe auf dem Weg zurück. Da werden wir bestimmt einige finden, die kämpfen können. Und diese dürften auch schon einigermaßen stark sein. Ich glaube, da wagen wir uns heute mal hinein. Hier wieder ein bisschen auf dem Wasser unterwegs. Aber ja, das ist auch schon der erste, wie man die Terrors gefordert haben, die wir umgangen haben. Ah, genieße die Sonne und den Wind. Und ein Kampf gegen dich. Das könnte doch ein bisschen schwierig werden. Die Sonne zu genießen, mich zu sonnen, während ich gegen ein Kaputti kämpfe. So, vielleicht sollten wir mal das Pokémon Team anders zusammenstellen, dass mal Taubunga ein bisschen kämpfen kann. Los, Taubunga. Der bei 31 gegen der bei 32. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Flügelschlag. Und dann kommt das Bär auf jeden Fall. Das würde auf jeden Fall einiges an Erfahrungen umbringen. Und wenn es es schaffen würde, Kapazier zu besiegen. Ja, mal schauen. Momentan sieht es nicht sehr gut aus für Taubunga. Aber Fliegen kann vielleicht einiges ausrichten. Da mussten wir gerade den Bart kratzen. So, oha, Fliegen, das bringt auf jeden Fall was. Na dann, hoch hinaus, Taubunga. Du kriegst das hin. Hol dir die EFP-Punkte. EFP-Punkte ist eine Doppelung. Erfahrungspunkte. Nicht EFP-Punkte. Okay, neues Level. Tatsächlich, das hat es gemacht. Schwimmer wird's Ten-Toucher in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, ich möchte erstmal mit Zaubunga weiterkämpfen. Das kann ruhig ein bisschen. Fliegen. Na dann. Lass dich lieb sehen, Taubunga. Stürz dich auf das Ten-Toucher. Wow, das ging gut. Ein paar Erfahrungspunkte. Und Seemon wird eingesetzt. Ich möchte weiterkämpfen. Auf geht's. Flieg. Flieg, Taubunga, flieg. Sieg und flieg. Ähm, 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 äh ja, so bestimmt nicht. Ja, das spricht von halt etwas anderes zu bedeuten. Ruckzucki. Na komm. Ja, okay. Ja, okay. Uns blöd ist, dass wir schon so geschwächt sind, aber... Ja, gut. Ähm, vielleicht nochmal fliegen. Oder auch nicht. Ja, Taubunga besiegt. Hat ihr Bestes gegeben. Hat sein Bestes gegeben. Ähm, ich weiß nicht genau. So, ähm, wäre es mit... Smetbow. Da müssen wir auch ein bisschen trainieren. Level 30. Ja. Ähm, Konfusion. Okay, ja, das ist nicht uneffektiv. Es geht. Kann man einsetzen. Gut Besseres. Aber... Es geht auch. Es geht. Jupp. Ja, heute halt ein bisschen Trainingsport. Kann nicht schaden, um mal das Team ein bisschen aufzupäppeln. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte für das Team. Ein paar neue Levels. Ja, das ist dringend notwendig. Bei den Levels meines Teams. Ich würde das gleich mal zusammenstellen, dass das nach Schwäche aufgestellt wird. Da wollte ich nicht rein. Hier wollte ich rein. Das ist halt den Schwächsten nach vorne packe, damit der mal trainiert werden kann. Und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, die beste Trainingstaptik. Erst die Schwachen, dann die Starken. Die Starken müssen ja nicht mehr so sehr trainiert werden. Die können ruhig nach hinten. Der Georock ist, glaube ich, der stärkste im Team. Der kriegt das auch hin, ohne trainiert zu werden. So. Was haben wir hier? Level 47, wie gesagt. Georock, der stärkste mit Abstand. Schlöck, Level 33, Gutex, Level 32, Pikachu, Level 30, Smetbo, Level 30, und Trauboga, Level 32. Ja, Pikachu ist, glaube ich, der schwächste. Smetbo auch. Nicht gerade stark, aber... Ja. Ich glaube, versuchen wir sie alle so ein bisschen hochzubringen. Vielleicht auf Level 40 werden wir heute nicht einen Part schaffen, aber... Ja, wäre mein Ziel. Wir werden jetzt nicht zehn Parts lang trainieren. Vielleicht muss ich wirklich mal dazu kommen, dass Offscreen trainiere. Aber ich komme auch nicht wirklich dazu. Ja, Georock. Da kommt ein Tausch, der kommt nach ganz unten. So, 30. Da kommt Smetbo. An der zweiten Stelle. Glutexo, dann haben wir... Tauboga Schlöck, ja, passt eigentlich schon. Von der Leberanzahl her. Ja, kann man so machen. Einmal kurz speichern. Schadet nicht, zwischendurch mal zu speichern. An der Leeslau. Na dann, geht's weiter. Wird weiter trainiert. Im Wasser. Auf dem Weg. Von den Inseln. Zur Bugmutter 4. Nein, ich will die nochmal speichern. Nicht nochmal. Hier. In so einem Maschlock schwimmen. So. Auch eine gute Musik. Ja. Ich habe alle meine Pokémon auf See gefahren. Na dann. Lern sie wohl nicht so stark sein. Na, zeig her. Ein Pokémon. Alle deine Pokémon. Das ist ein Stami. Okay, das mit dem nicht so stark nehme ich zurück. Stami ist schon... Ernst auf der Gegner. Ja, Elektro Bugman Pikachu. Auf jeden Fall. Level 30 gegen Wasser Bugman Resinba. Ich sollte man machen. Nicht. Vielleicht tausche ich es gleich ein. Und dann kriegst du vielleicht auch noch ein paar Erfahrungspunkte ab. Na komm, lasst du dich nicht sofort besiegen. Das Madbo hält ein bisschen aus. Konfusion mal schauen, was das so kann. Ich hoffe ein bisschen mehr als die Elektro-Attacken von Pikachu. Nein. Ist nicht der Fall. Aber Schlafpuder können wir einsetzen. Aber zumindest für die anderen, die nachfolgenden Pokémon Schmeinschläfer. So nach Strahl, wo es gerade schon schläft. Versuchen wir das mal. Wartet nicht. Ist aufgewacht. Äh, ja. Oh, das bringt's. Nice. Schlafstrahler, cool. Level 31 für Smetbo. Nice. Level 31 für wen? Wahrscheinlich für Pikachu. Ja, sonst ist es nur Level 30. Cool. Das hat's gebracht. Dieser Kampf war toll. Ja, ein paar Atems hier. Hypertrinke. Zwei Hypertrinke. Na ja. Sollten wir eigentlich nicht verschwenden. Aber gut. Nach diesen Trainern haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Können wir uns was kaufen. Hoffe ich doch. Na, ist hier noch jemand, der uns herausfordern will? Wilde Pokémon kommt da bestimmt nicht gleich. Oh, zwei Ängler. Die können wir herausfordern. Leiste mir in Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Gerne doch. Im Pokémon Kampf. So, Angelehrer möchte kämpfen. Gold King. Joa. Wo ist Pikachu? Ja, das ist immer die beste Wahl. Ein Pikachu im Kampf gegen Wasser-Pokémon. Ja, da gibt es optimalere Bokémon, die man einsetzen kann. Optimalere Übersetzungen. Aber gut, das könnte man hinkriegen. Das könnte, das könnte klappen. Also, wie Blitz war da eingeschlagen, äh, Donnershop. Nicht Blitz. Blitz schlägt gar nicht ein. Blitz ist eine sehr un-effektive Attacke. Zumindest von der Offensivität her. Äh, ja. Das war ein Volltreffer, Pikachu besiegt. Alles klar. Dann wohl keine Punkte für Pikachu, die es so gut schaffen kann. Na ja. So, Smetbo hält. Ein paar Erfahrungspunkte. Bist du Wirt? Was? Das ist ein Nachstrahl. Na komm. So, ein paar Erfahrungspunkte für den. Sehr gut. Es war noch kein mehr Level, aber immerhin. Also, kämpfe weiter. Ein Goldini. So Nachstrahl. Das hat es bisher immer gebracht. Na komm. Hat sich selbst verletzt. Ja gut. Furien-Schlag ging daneben. Ist nicht mehr verwirrt. Setzt Solarstrahl ein. Sehr gut. Superschall geht daneben. Und Solarstrahl wird eingesetzt. In der zweiten Runde. Na komm. So, das war noch ein bisschen. Erfahrungspunkte. Ja. Aber kein nice Level. Da müssen wir wohl noch ein bisschen kämpfen. Smetbo kann noch ein bisschen. So, der nächste. Ich war sauer. Weil ich noch nichts gefangen habe. Aber, achso, gegen den haben wir schon gekämpft. Ja. Dann halt, ähm... Dann schon halt weitere. Deswegen steigt auf Schlock. Tja, dass der nicht untergeht. Es ist ein Wunder. Dass man mit dem surfen kann. Na gut, wir sind ein zehnjähriger Junge an diesem Spiel. So schwer dürfte das noch nicht sein. Aber das kleine Schluck. Na ja. Ein Tentata. Bündes Tentata. Smetbo. Ja, auch ein Kampfpferd. Na komm. Es gibt vielleicht ein paar Erfahrungsbote. Aquaknarre. Na komm. Hält's aus. Solarstrahl. Und Bats. Ja. Da habe ich mir was anderes vorgestellt. Aber gut. Komm Smetbo. Halt's aus. Noch einmal. Solarstrahl. Solarstrahl wäre eine schöne Attacke. Wenn es nicht erst so einen zweiten Angriff klappen würde. Das ist ein bisschen blöd. Aber ja. Was, Vergiftung? Nein. Nice. Immerhin. So. Was, immer noch kein neues Level. Geht's doch nicht. Kampf. Die See reinigt Körper und Seele. Ja, was mit Böck kann ich mehr kämpfen. Der kann die See so sehr noch die Seele reinigen. Es bringt ja nichts. K.O. ist es trotzdem fast. Ja, 5 K.P. und Vergiftet. Ja, wir versuchen es nochmal mit Solarstrahl. Aber ja, es gibt etwas an die Dinge. Ja. Ah ja, klar. Glutex. Glutex. Ja. Ja. Das ist schon fast ein bisschen hoffnungslos. Das ist schon fast ein bisschen hoffnungslos. Ich habe das gesehen. Ähm. Wie wäre es denn? Stärke. Besser als eine Feuerattacke. Aqua Knarre. Hilfe. 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 Da muss ich Angst vorhaben. Mit Glutex. Ja, das ist effektiv. Ich weiß. Na komm. Kriegen wir es trotzdem hin. Blubber. Mhh. Das ist schlecht. Ja. Glutex besiegt. Hätte klappen können. Tauwoga. Dann wird es halt Tauwoga ein bisschen trainiert. Flügelschlag. Na komm. Gib ihm den Rest. Gib es ihm. Gib ihm. Ich sagte, gib ihm den Rest. Was war denn das? Hm. Dann halt nochmal. Flügelstark. Na komm. Zack. Das ist ein Level 33. Gucken wir an. Es gibt ob jeden Fall ein paar Punkte. Aber noch ein neues Level. Ten Toxa. Okay. Ich kämpfe weiter. Ich bleibe dran. Wie wäre es denn mit Fliegen? Das wäre doch eine gute Idee. Attacke gehen daneben. Wickel geht daneben. Fliegen. Zack. Okay. Ja. Nicht schlecht. Nochmal fliegen. Und kommen wir in den Attackern von Ten Toxa. Okay. Und zack. Wow. Besiegt. So. Das muss doch bald neue Levels geben. Neues Level. Nicht neue Levels. Da habe ich das S falsch gesetzt. Jo. Nein. Die Zweige gewinnt 165 Pokémon Dollar. Geht sie kurz aus dem Kampf gegen mich schon mal hervor. Sag ich das endlich auch mal in diesem Part. Jo. Mein Team ist sehr geschwächt. Aber wir können die Tombow ja weiter trainieren. Ich habe einen guten Anfang gemacht. Möchtest du ihn sehen? Unbedingt. Ich bin ja im Pokémon Kampf. Angela möchte kämpfen. So viele Angler gegen die wir heute kämpfen. Ein Carpador. Ja. Von mir aus. Fliegeschlag. Das Ring durchgebacken. Das Carpador. Dann geht es Bratfisch. Backfisch. Bratfisch nicht Bratfisch. Ja. Oh. Habers zum. Hat der jetzt 5 weitere Carpador oder was? 6 Carpador im Team. Ist der bescheuert oder was? Ein Team von der Carpador. Ja gut. So kann man auch trainieren. Das ja. Ja. Ich will nicht sagen, dass das gut ist für ihn. Aber für mich ist es gut zu bringen. Zumindest ein paar Erfahrungen von uns. Ja. Nicht viel da aber. Herein. Da klopft jemand. Von oben. Ja. Da stampft jemand von oben auf der Decke. Fliegen. Ja. Auf Carpador fliegen. Ich hoffe mir nur, dass es nicht zu sehr eine Aufnahme ist. Dass da oben jemand trampelt. Das klingt grob nach trampeln. Das klingt fast nach Hämmern. Fast. Na ja. Also jetzt. Das wieviel Carpador ist das jetzt, was wir besiegen. Ja. Carpador setzt Batscher ein. Hat keine Wirkung. Ja komm. Das ist ja wirklich peinlich. Und so. Da waren es nur noch 3. Ach komm. Komm mir hier nicht mit deinem Carpador. Das fliegt ein. Langsam wird es langweilig. Hat keine Wirkung. Was? Das hat keine Wirkung. Gibt es denn sowas? Das war ein One Hit Skill. Ja. Nein, ich möchte mit Taubburger weiterkämpfen. Auch wenn er noch kein Level angestiegen ist. Sobald ich es gesehen habe. Bringt halt nicht wieviel Erfahrungspunkte. Ein Carpador zu besiegen. Ist halt keine so großartige Erfahrung. Vor allem nicht für Taubburger. Na dann mal zur Abwechslung zur Kieb. Ja. Tja. Gehen. Carpador wird eingesetzt. Los. Taubburger. Fliegen. 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 Was? Ist der Kamm schon vorbei? Mist, meine Kabadon Ja... wir sind nicht im Level angestehen Möchtest du wissen, ob die Fische anbessen? Waspelt? Na dann... hat der noch 4 Kabadon? Oh, zuBegang-Golking mal Abwechslung Los fliegen, mal Abwechslung wo wir gerade dabei sind, ja gut, so wieder wach wären, weiter kämpfen, der Karpotokampf war zu ermüdend und zu langweilig, jetzt können wir mal wieder in den Wallung kommen, komm mal in Wallung, Taubunger, auf gehts, Kämpfe, bisher konnte noch keiner Taubunger was anhaben, nicht wirklich, ja, hm, ist gerade noch nicht spannend, tut mir auch leid, aber das ist halt Training so ein bisschen, gerade gegen Flappe, Wasser, Bookman und Trainer, ja die Anker halt dazu mal machen, müssen wir halt heute mal ein bisschen Training machen, vielleicht bringen wir es ja zu was und schaffen im nächsten Part, versuchen wir vielleicht im nächsten Part wieder den Rivalen einmal zu besiegen, und dann ja, vielleicht bringt das schon was, dann können wir vielleicht weiter, in der Story weiter machen, wäre auch mal toll, in der Story wieder weiter zu kommen, Level 34 für Taubunger, schön, so, so, weiter kämpfen, dann, Gold King, Fliegen, ja, Fliegen ist auf jeden Fall sehr gut, das bringt, auf jeden Fall, dass man nicht so stark getroffen wird von der ersten Attacke, oder von der nächsten Attacke, was hat keine AP mehr, verdammt, da muss man zu tief einsetzen, muss sich auf andere Attacken aus welchen, hm, oder zum nächsten Pokémon Center fliehen, na komm, aber den Kampf schaffen wir noch, so, Taubunger erhält ein paar Erfahrungspunkte und besiegt Anglia, Mist, Mist sagt er, ja, dann mal wieder zurück, am besten gleich mit Storunger fliegen, zu den Zinnoberinsen, dann gehts weiter, ein bisschen Training müssen wir noch machen, na dann, einmal die Pokémon, den brauchen wir im Kampf, im Training, und im Kampf dann gegen Gary, jo, meine Pokémon sind wieder fit, sehr gut, dann können wir also, können wir weitermachen, jo, ich hoffe es ist nicht zu langweilig für euch, aber so ein Part muss auch mal sein, gerade jetzt, wo wir gesehen haben, dass wir gegen Gary einfach abkacken, müssen wir mal die Route hier, ja, auch der Vollständigkeit halber, das ist vielleicht cool, die Trainer auf dieser Route zu besiegen, ist vielleicht nicht schlecht, jo, ein Willis-Tentatscha, Level 5, ja gut, immerhin, Donnershock, na komm, das wirds doch besiehen, Level 5, das bringt nicht viel, aber immerhin, so, wie weit waren wir jetzt schon gekommen, da waren auf jeden Fall hinten noch ein paar Angler, Level 15, woher kam gerade das Level 5, ja, na ja, Donnershock, dann macht es kaputt, oh, das klappte sogar, das ist ja cool, ein paar Erfahrungsmonte für Pikachu war auch nicht schlecht, so hatte ich euch beide schon, dich hatte ich schon mal schon, stimmt es nicht, dass ich hier mal schwimme, ja, es stört mich, kämpfe, wir gehen dann recht hier zu schwimmen, äh, Glatzkopf, Glatzkopf möchte kämpfen, Glatzkopf, Larry greift an, ach du Schande, der sieht wirklich radikal aus, radikal, der sieht aus, ähm, Donnershock, hat gerade eben schon sehr gut geklappt, wie klappt das hier, oh, sehr gut, eben ja, na komm, Tentatscha, besiegen wir das, ein paar Erfahrungspunkte, wär nicht schlecht, ein neues Level für Pikachu, immerhin, das wären dann schon 2 Level im heutigen Part, na, noch nicht ganz, Anfang des Parts war es ja Level 30, das ist Pikachu, die Taubung haben wir auch ein bisschen trainiert, schon, ja, ein kleiner Erfolg, schon im heutigen Part, hat sich schon ein klein wenig gedroht, Level 40 war jetzt nicht ganz realistisch, aber, ja, ein Anfang, das werden wir wohl auch nicht hinkriegen, dann ein bisschen höher, dann werde ich die schon trimmen können, na komm, das dritte noch, Pikachu, Oha, Donnershock, das müssen wir wahrscheinlich besiegen, bevor es uns angreift, es wird nicht klappen, aber gut, na komm, es bleibt weiter an, oh nein, oh Mist, das wird Pikachu nicht mehr ganz hinkriegen, Donnershock, mach so viel du kannst, Pikachu, Giftstachel, und da war es besiegt, na dann, Mad Bow, auch noch Level 31, Sonarstrahl, naja, das ist ja vielleicht nicht so ganz so krug, aber, das ist gelehnt, oh man, verdammt, das räumt sich, so, komm, Attacke, Sonarstrahl, ich kann nicht angreifen, so, Solarstrahl, na komm, halt aus, halt durch, Solarstrahl, na komm, machs alle, Bad, ähm, ja, das habe ich mir anders vorgestellt, Konfusion, vielleicht, na komm bitte, Smetbo, halt durch, Na komm, das kriegst du doch wohl hin, ja, nice, Travis Smetbo, Level 32, sehr gut, besiegt Glatzkopf, das schwank unter der Gürtellinie, äh, ja, bei dir möchte ich auf Kämpfer unter der Gürtellinie landen, ne, da möchte ich nicht hinlangen, im Kampf, nicht unbedingt, ja, ein wildes Pokémon, ein wildes Tantacha, Smetbo, ja gut, können wir noch versuchen, Solarstrahl, das bisschen, kriegt es vielleicht noch hin, oder nicht, ein Wickel, ok, das ist kritisch, ist gelähmt, verdammt, so ein Mist, das wird eine Niederlage, das ausschaut, verdammt, 7, 7 KP noch, ah, nein, nicht doch, ist gelähmt, greift weiter, ah, verdammt, das ist doch gemein, das ist ungerecht, die Lähmung ausnutzen und weiter angreifen, ah, was, das war nicht toll, was, haben sie jetzt auch, ah, ne, ich will nicht das nächste Pokémon einsetzen, komm, Flie, sehr gut, ah, ok, und da sind wir schon angekommen, da ist nur wieder eine Heimatstadt, sehr gut, da haben wir ein bisschen trainiert, auf dem Wasser, na dann würde ich mal sagen, wenn ich diesen Part an dieser Stelle, da mich nach oben so durchgefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu öffnet könnt ihr seid, und den nächsten Part, wo es dann nicht mehr um Training geht, sondern vielleicht schon, um den nächsten Versuch mit Gary, ich bin vorsichtig, um das zu sagen, also, ich würde eigentlich sagen, ein Sieg gegen Gary, aber, ja, hm, wir versuchen es im nächsten Part nochmal, mal schauen, vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht, ein Versuch ist es wert im nächsten Part, vielleicht trainiere ich auch noch ein bisschen auf Scream weiter, mal schauen, ob es schafft, den Versuch wird es wert sein, na komm, ja, dann habt ihr noch einen angeben, fürstlichen Tag, man sieht sich in den nächsten Parts, bei Gary wieder, bis dahin, hauter Renner, Tschau 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 Ja, noch mal Tschau 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 Tchau 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 Untertitelung des ZDF, 2020